Sehr lecker. Freut mich. Ich war ziemlich überrascht, dass Sie eine Waschmaschine reparieren können. Waren Sie vielleicht früher mal Elektriker? Tja, Spaghetti Napoli krieg ich nicht hin. Oh, tut mir leid. Es muss Sie erschreckt haben. Ah, der Flughafen? Ja, genau. Schon seit ich klein bin, wohne ich immer in der Nähe von Flughäfen. Der Lärm wirkt auf mich irgendwie beruhigend. Deshalb habe ich mich auch für diese Wohnung entschieden. Na ja, davon abgesehen ist die Miete hier ziemlich günstig. Vielleicht kann man sie ja sehen. Vielen Dank. Wissen Sie, an bewölkten Tagen kann man sie besonders gut hören. Wenn ich morgens die Flugzeuge beobachte, habe ich das Gefühl, weitermachen zu können.